Hallo und herzlich willkommen zu eurer TGT Dosis Green Tea Let's Play und ja, wir waren ja hier letzte Folge unterwegs und sind ja des öfteren gestorben, aber davon fange ich jetzt mal nicht an und wir schauen jetzt, oh, Ferris und ja, es sind Diamanten, können wir diese Diamanten eigentlich abbauen dann, aber da Entropy Shards und Ferris und Lead und Kohle und wir brauchen Aluminium, verdammt! Wir brauchen mindestens ein Stück Aluminium, dann bin ich schon zufrieden, Silber, Silber, jetzt haben wir Aluminium Ore Buried, aber jetzt können wir uns ein Aluminium Nugget machen und das wird nie reichen, Ferris, ähm, dann, ja, jetzt wissen wir, wo es hier Diamanten gibt und sieht so aus, als würden wir jetzt diesen, Moment, was habe ich da gesehen? Ist das etwa Aluminium? Nein, das sind eigentlich nur Pfeile, das sind nur Pfeile, hm, ja, und wir könnten nochmal das Gravel hier wegmachen, einerseits, weil wir sowieso Flints brauchen, und zum anderen, weil es im Weg ist. Das ist immer ein guter Grund, das ist immer ein guter Grund, etwas wegzumachen, weil es im Weg ist. Das ist, glaube ich, sogar der beste Grund. Ja! Ja! Aluminium! Und ein weiterer Grund, dieses Gravel hier wegzumachen, ist, weil wir dahinter Aluminium finden! Dum dum dum! Das ist ein Grund zum Feiern, Leute. Ein Grund zum Feiern. Dum dum dum! Ja, also ich feiere das richtig, dass wir gerade Aluminium gefunden haben, denn das heißt Waffen! Und Waffen sind gut. Zumindest in Minecraft. Im echten Leben sind Waffen sehr böse. Denn, wie viele Menschen sagen, nicht Menschen töten Menschen, sondern Waffen töten Menschen. Eigentlich sagen sie es genau andersrum, aber ich sage es jetzt mal so, weil das irgendwie gerade passt. Also, ich bin total gegen Waffen. Und so. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal drauf und machen uns Kupferwerkzeuge! Hihihi. Kupfer, Kupfer, Kupferwerkzeuge! Wuhu! Kupferwerkzeuge, 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 Kupferwerkzeuge! Dum dum dum! Und jetzt sterben wir wahrscheinlich am Weg und bekommen unsere Sachen nicht wieder, weil... Weiß ich nicht warum, aber ich lache einfach nur, wenn das jetzt passiert ist. Aber wir haben endlich Kupfer gefunden. Dum dum dum! Und erstmal schlafen. So. Und wir sind auch fast verhungert. Aber wir können ja gleich lecker Himbeeren frühstücken. Lecker, lecker Himbeeren, lecker, lecker Himbeeren. Und verbrauchen dabei alle unsere Himbeeren. Und wir sollten unser Kupfer mitnehmen. Und das hier auch. Oh Gott, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! So. So, 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 so. Und dann hauen wir auch hier mal unsere Lava ran. Und dann hier Smeltery Controller. Schmelzen wir unser Aluminium an. Dum 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 Ich werde noch herausfinden, wie er das geschafft hat und wir können hier auch noch zwei Kupfer reingeben. Nein, ich kann nicht rechnen, doch, ja, ich kann rechnen. Und, 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 da oben ist ein Skelett und das schießt nicht auf mich, das finde ich nett von ihm und wir können auch hier mal das hier einschmelzen, denn wir brauchen ja schließlich auch einen Barren und unseren Kopf können wir da reingeben. Es schießt noch immer nicht auf mich, das verwirrt mich, es sollte doch auf mich schießen, so sind Skelette doch, oder? Ja, und unser Kupfer ist doch gleich geschmolzen, sehr schön. Na komm, schmelz, schmelz, du musst schmelzen, du musst schmelzen, du musst schmelzen. Molten Aluminium Brass, 16 Stück, ja, damit können wir einiges machen. So, erstmal eine Form hierfür. Und mehr kommt gerade, wir brauchen jetzt Formen für alles Mögliche. und wir haben 15 Stück, dann muss ich erstmal rechnen. Wie immer erstmal rechnen. 15 Stück, 15 Stück, 15 Stück, das heißt dann im Klartext, bla 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 bla. Ja, so klingt es, wenn ich rechne, dann mache ich einfach bla 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 bla. Und so, mal schauen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs haben wir schon. Das heißt, wir haben noch neun. Okay, haben wir, haben wir, haben wir, Schwertschneider haben wir. Und ich würde sagen, machen wir uns diesmal ein Breitschwert. Nein. Handguard. Jaaaa, ich glaube wir brauchen einen Handguard. Ähm, schauen wir einfach mal nach, was wir brauchen. Ich möchte wieder so ein Schwert, ja wir brauchen Handguard. So, dann nehmen wir uns mal ein Handguard hier raus. Und haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Ähm, Crossbar kann man immer brauchen. Next, haben wir. Pfanne muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, Knife Blade nehmen wir uns auch mal. Chisel, ne. Tough Rod, ne, 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 ne. Arrowheads. Ähm, Fletching. Bowstring. Hammer. Uh, das ist eine schwere Frage, das ist eine schwere Frage. Ja, Whiteguard können wir einfach schon mal machen. Handguard. Können wir. Haben wir? Crossbar. Haben wir schon, jetzt haben wir zwei davon, verdammt. Okay, wo waren wir? Wo waren wir? Wo waren wir? Wo waren wir? Ich bin dabei immer so verpeilt. Crossbar, das... Pfanne. Warum sollten wir seine Pfanne machen? Warum sollten wir sein Schild machen? Chisel. Ähm. Tough Rod. Tough Binding. Und das hier. So. Und zick, 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 zick. Und hier können wir das da rein geben. Und dann hier. 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 Und ich frage mich gerade, haben wir schon Strings? Nope. Aber wir können dann Strings machen. Und wir brauchen drei Stück. Das heißt, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. So. Ähm. Dann können wir... Ne, machen wir erstmal das. Ähm. Hardcrafter. So. So, 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 so. Das hier. Und das hier. Und da kriege ich jetzt irgendeinem Grund zwei halber was. Naja. So, so. Dann können wir das hier wieder reinlegen. Und das hier. Das hier. Das. Und das. Zack. 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 Und das. Zack. Und das. Zack. Zack. Und dann können wir das da reinlegen. Und dann noch den Chisel. So, so. Zack. 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 Und dann noch den Arrowhead Toolbinding. Zack. 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 Und Zack. Und Zack. Und Axt. Und Schaufel. Zack. Zack. Und noch das hier. Und das hier. So. So. Und so. Und hier rein. Und hier rein. Gut. Dann haben wir nur noch das hier vergessen. War eigentlich klar, dass ich irgendwas vergesse. Ich vergesse immer irgendwas. Und ja. Und dann können wir uns jetzt eigentlich schon mal zwei über. Nein. Eigentlich nicht. Eigentlich schon. Eigentlich nicht. Eigentlich schon. Eigentlich nicht. Eigentlich schon. Eigentlich nicht. Verzichten wir auf das hier. Und das hier. Ähm. So. So. Und ja. Dann fangen wir auch schon an uns. Ähm. Ja. Wie soll ich sagen. Ja. Dass mich gerade dieses Skelett angegriffen hat. Ist scheiße. Oh Gott. Und wir sterben auch noch dran. LOL. Wir sind tatsächlich dran gestorben. Stirb. 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 Verbrenne. Verbrenne doch. Warum verbrennst du nicht? So. Also. Dieser Tod gerade war zu lustig. So. Nehmen wir unsere Spitzhöcke. So ernsthaft wie wir da jetzt gerade gestorben sind. Äh. So. Also. Erstmal können wir jetzt das hier nehmen und erneut einschmelzen. Danke dafür Skelett. So. So. Zack. 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 Ja. Und wir könnten uns noch so einen weiteren Tisch machen, den werden wir ohnehin brauchen. Äh. Also ich meine so einen. Ja. Ihr wisst was ich meine. Ich kann's gerade nicht in Worte fassen weil ich so aufgeregt bin. zack zack und so und so und kann ich das auch damit machen ne wäre ja zu schön gewesen das wäre ja recycling verdammt jetzt können wir schon zwei wegschmeißen weil ich feile weil ich feile einfach nur weil ich feile so und dann stellen wir das hier hin zack zack ich fühle mich verarscht die lassen mich da einfach nicht in ruhe arbeiten und nervt mich die ganze zeit so griff und white dingster da griff white dingster da und diese beiden können wir alles schon wegschmeißen und als neue können wir das und das hier mal machen also dieser hüpfendes schleimball hier nervt mich der nervt der nervt der nervt der nervt und das hier auch noch weg so und essen 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 und noch mehr essen und essen so dann essen wir auch mal was und wir bringen den hier mal um einfach weil er mich nervt da hüpft er die ganze zeit um mich herum und da mache ich fehler und das ist nicht gut das könnte unser aller leben gefährden so 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 zack 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 und zack 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 und so 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 und das hier das hier und das hier zack und es wird dunkel ach ja drauf gießen so 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 und wegwerfen und dann legen wir uns einmal schlafen njum njum schlafen ne erstmal hier eine runde schlafen sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön und ich habe jetzt mir überhaupt nicht gemerkt wann ich angefangen habe diese folge aufzunehmen das heißt ich weiß nicht wie lange diefolge Gehen wird also wenn sie zu kurz oder zu lang ist tut mir das sehr leid Leute aber es geht nicht anders ich habe keinen Plan Ich habe definitiv überhaupt keinen Plan, ich habe keinen Plan vom Leben. Was wir brauchen sind das hier und das hier, denn jetzt können wir uns hier eine Bowstring Sehr schön, und da stirbt irgendwas von meiner Tür, das finde ich auch sehr schön, wenn da was von meiner Tür stirbt, denn ich mag den Tod von meiner Tür haben, ja. Ich mag es in Sachen von meiner Tür sterben, 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 aber nur wenn es ein langsamer und qualvoller Tod ist, sonst mag ich es nicht. Au, au. What the fuck? Stirb! Was fällt dir überhaupt ein, hierher zu kommen? Verschwinde! Verschwinde! So. Ähm, gut, zack, zack, zack. So, so, so. Und dann können wir das hier schon wegschmeißen. So. Tum, tum, tum. Und bis dahin ist das hier schon ausgehärtet. Und zack, zack, zack. Und so, und so, und so. Zack, zack, zack. Und das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Übergießen, übergießen, übergießen. Und weg damit, weg damit, weg damit. Und ja, wir könnten dann auch mal schauen, wie viel wir noch haben. Perfekt. Ich habe mich nicht verrechnet. Unglaublich, dass ich mich nicht verrechnet habe eigentlich. So. Und jetzt können wir Copper einschmelzen. Und ich habe überhaupt kein Gefühl, wie viel wir brauchen werden. Deshalb machen wir einfach mal drei. Weil ich habe das Gefühl, drei brauchen wir auf jeden Fall. Und ist auch nicht zu viel, falls es falsch ist. Ja. Gut. Dann, wir brauchen Tool Rod. Wir brauchen Tool Binding. Und wir brauchen Spitzhackenkopf. Zack. Ah. Fail. So. Tool Rod, Tool Binding, Spitzhackenkopf. Jetzt müssen wir allerdings auch warten, bis es eingeschmolzen ist. Und wir können währenddessen mal ein paar Bärchen pflücken. Bärchen, Bärchen, Bärchen. So. Bärchen. Gute Bärchen. Zack. 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 Und hier unten komme ich schon nicht mehr ran. Aber wir können ja einfach den Busch erweitern. Erweitern wir den Busch. Wir müssen unseren Horizont erweitern. So. Und hier lang ging es zu meiner Schmelze. Jupp. Sechs Ingots. Das wird nie reichen. Lala. Erstmal auf Vorrat, weil YOLO. So. 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 Ich sollte mir auch eine Tool Station machen. Kommt mir gerade. Also mache ich mir hierhin auch eine Tool Station, die dann eh später wieder zur Tool Forge wird. Keine Sorge. Das kommt alles. Das kommt alles. So. Und hiervon brauche ich auch eins. Und so. Und hier hin und da. Tool Station. Und hier. So. So. Zack. 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 Brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Ähm. Was ich jetzt allerdings brauche. Axt und Schaufel. Jetzt brauche ich Axt und Schaufel. Gut. So. Damit kann ich dann erstmal meinen Mettok machen. Aber erstmal machen wir uns eine Spitzhacke. So. So. Eine Kopperspitzhacke. Sehr schön. Damit ist der Anfang mal erledigt. So. 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 Zack. 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 Gießen, gießen, gießen und ja, so, 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 so und das hier kann ich da hinlegen und so und das und dort kommt dann mein Bogen hin und tam, tam, tam. Dieses Schwert hier mache ich so, ein Longsword, perfekt und tam, 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 Bogen, 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 so und noch ein Bogen. Jetzt haben wir auch einen Bogen und Pfeile werden wir uns auch noch machen, aber die machen wir uns anders. Erstmal noch ein paar Bärchen pflücken und zack, zack, zack und das war es dann hier auch fürs erste Mal. Wir haben Kupferwerkzeuge, wir haben Kupferwerkzeuge, das ist gut, das ist auf jeden Fall schon mal gut und jetzt haben wir hier 13,5. Dann gießen wir mal, so, ähm, gießen wir uns einen Kupferblock. Ja, wir brauchen den noch gar nicht gleich abzufahren, weil wir werden ihn jetzt eh nicht verwenden. Und ja, und ja, und ja, und ja, und ja, so, dann legen wir hier die Werkzeuge rein und wir haben noch keine Schere, mit der wir Blätter abbauen können, dazu brauchen wir erst einmal Eisen. Wir brauchen da zuerst einmal Eisen, ja, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, eins, zwei reichen eigentlich. So, zack, und jetzt legen wir die ganzen Sachen, die zum Schmelzen sind, da drüben rein. Also das hier und die Öfen kann ich auch mitnehmen, eigentlich, die stelle ich dann auch dorthin, dann machen wir uns wieder da zu einer kleinen Schmelzstation. Und ja, und wir werden uns dann auch erst einmal um die Felder kümmern, würde ich sagen, denn die Felder sind wichtig. Die Felder sind sogar sehr wichtig. Und ja, so, ne, 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 ne. Okay, ich glaube, wir haben alles zum Schmelzen und deshalb fangen wir auch einmal an. Weg damit, das können wir ja dafür hier hinpacken und dann kommt hier eine Kiste hin und hier und hier Öfen und in diese Öfen können wir Kohle reingeben, da packen wir dann das hier rein, Kohle und so und so und so und so und ja, dann fangen wir mal an mit unserem Feld und ich bin auch dafür, dass wir uns weitere Eimer machen, denn wir werden mehr Eimer brauchen, wir werden auf jeden Fall mehr Eimer brauchen und 16 mal 3 sind 30, 48 geht sich perfekt aus. So und so und zack, zack, zack. Es wird wieder dunkel, aber wir geben noch schnell den Schmelzauftrag, so und so und dann legen wir uns auch schon schlafen. So, mit Himbeer in der Hand. Yum 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 yum. Und schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Gut, und ja, dum, 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 dum. Ja, wo werden wir denn unser Feld hin machen, das ist eine gute Frage. Ich würde fast sagen, einfach hier hin. 191 186. So, zack. 1 2 3 4. SchnaWell. Und da geht es dann nach unten und 1 2 3 4. Und verschönern wir das Ganze hier noch. Zack, 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 zack. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 So, 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 so. Gut, dann können wir hier auch schon Wasser hingeben und zack. Ich dachte, das sind Einwegeimer. Zumindest bei Lava sind es Einwegeimer. Wie es aussieht, aber nur bei Lava. Okay, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und ich versuche die ganze Zeit nur einmal zu klicken. Ich gebe mir dieses Mal richtig Mühe, nicht, dass wir wieder so ein Problem haben wie beim ersten Mal. Das wäre nämlich suboptimal. So, und jetzt holen wir mal alles, was wir anpflanzen könnten. Und fangen an, das darauf so zu züchten, dass wir es auf den anderen Feldern öfters anpflanzen können. Ich habe keine Ahnung, ob ihr jetzt wisst, was ich meine, aber naja, ihr werdet sehen. Ihr werdet das sehen. Vielleicht wird das ja klar, während ich es mache. Bitte. Und Karotte. Da sind Knochen. Cotton. Normale Seeds. Cranberry, Rattabate. Blackberry. Candleberry. Raspberry. Berry, Zucchini, Ginger, Chili, Brussel, Turnip, Juss here, Oats, Radish, Coffee, Onion, Peas. Ja, es gibt hier sehr viele verschiedene Kräuter und Zeugs. Und das verwirrt mich. Es verwirrt mich einfach. Und wir werden hier richtig Ackerbau betreiben. So richtig. Zack. Und es wird auch schon wieder dunkel. Ich dachte wir hätten das hier. Komisch, habe ich das einfach vergessen wie es aussieht. Zack, 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 zack. Gut. Und dann Blackberries pflanzen wir hier drüben an. Zack, 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 zack. Und Candleberries, ja wir machen uns von allem dann ein eigenes schönes Feld. Aber hier pflanzen wir das erstmal an, damit es anfängt zu keimen. Und dann unsere Reis, Peas, Garlic, Seeds und Seeds. Und jetzt soll das hier erstmal wachsen. Und wir können ja währenddessen anfangen weitere Felder anzulegen. Dazu könnten wir erstmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, das ist zu wenig. Zu wenig. Ja, da gibt es dann eigentlich nur eine mögliche Lösung. und zwar müssen wir das hier wieder abreißen und auf der gegenüberliegenden Seite anpflanzen dann passt das auch besser mit dem Baum zusammen und mit allem eigentlich und das hier werden wir dann abreißen und dort drüben anpflanzen aber wenn wir das gleich machen werden wir verhungern und ja ich weiß es auch nicht ich weiß es auch nicht haben wir unsere Karotte nicht mitgenommen doch warum pflanzen wir die nicht an naja naja okay so dann 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 ja gute Frage was dann haben wir vielleicht noch mehr von diesem Zeugs naja wir können ja das was hier oben ist mal abbauen und dann dorthin anpflanzen so so und ja wir haben es sogar schon unten in der Inventarleiste so so und so und dann legen wir das Zeug hier aus unserem Inventar noch da rein das hier auch das hier auch das hier auch den Knochen können wir bei uns lassen die Pfeile können wir auch mal mitnehmen noch ein Knochen gut 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 dann ernten wir auch mal hier oben ab und töten den hier Achievement get enemy Slayer naja naja jetzt sind wir ja wohl enemy Slayer und hierhin so wir haben langsam ein paar Himbeeren auf Vorrat angesammelt unglaublich aber Himbeeren sind jetzt nicht so das ausgiebige Nahrungsmittel also ja ist das jetzt eh eigentlich nicht so wichtig und wir fangen dann mal an toll ich glaube das hier ist Weizen und wir haben einfach mal 6 Bone Meal drauf gehauen und es ist trotzdem nicht fertig und was sagt uns das wir machen irgendwas falsch man es sagt uns das braucht sehr viel Liebe und Zeit ja wie ein Kind das braucht auch sehr viel Liebe und Zeit so dann hier drüben zack 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 ok gut ähm so 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 graben wir das erstmal ab ich hatte nämlich schon einen Plan wie das akzeptabel schön aussieht und dazu müssen wir hier dran arbeiten so 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 Okay, 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 okay. So. Tum, 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 tum. So, und hier raus. Ah. Fail. Erstmal ein bisschen Ackerbau betreiben. Tum, 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 tum. Keine Ahnung von der Folgenlänge eigentlich. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dieser Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da lassen. Und ich werde noch eine Folge aufnehmen, also bis dann.